Mittlerweile ist mehr als ein Jahr vergangen, seitdem über Nacht plötzlich jegliches Menschenleben auf der Erde verschwand. Das mag sich jetzt vielleicht etwas komisch anhören, doch ich vermisse die Menschen nicht wirklich. Darf ich schon was sagen? Ähm... Ich hab mich sehr über deine Bewerbung gefreut, Hanna. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt auf uns gekommen? Hör auf! Du bist es, was mich quält! Ich bin du.